Hallo und kommt zu Neuen Replay. Wir haben Stormhole Enjoyer wieder gegen Marine Lord. Stormhole Enjoyer sollte wohl irgendein Fake-Account sein von jemandem. Ich kann da ganz schnell nochmal nachgucken. So, ich hab nochmal nachgeguckt. Also Stormhole Enjoyer, normal, also in dieser einen Liste von so einer Webseite steht immer in Klammern, wer diese Smurf-Accounts gehören. Bei Stormhole Enjoyer steht tatsächlich niemand in Klammern bei. Das muss nicht heißen, dass es jetzt kein anderer Pro ist, der einen zweiten Account hat. Mit dem Namen kann man es fast vermuten. Jemand hat letztens auch gesagt, das wäre irgendein Pro. Aber ich konnte es jetzt zumindest nicht eindeutig herausfinden wie bei den anderen Accounts. Von daher konnte ich es gar nicht sagen. Aber irgendwann meinte jemand, das wäre irgendein bekannter Name gewesen. Aber auf jeden Fall sind beide Conqueror-Drei-Spieler, ne, Top-Spieler. So, gucken wir mal, was die Jungs machen wollen. Eine offene Map. Draußen übrigens wird das Nachbarhaus abgerissen. Ich weiß nicht, wie weit man das hört. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Kann ich aber nicht ändern. Welches hingehen Sache, mal Arbeiter. Ich würde ganz gerne ein Video casten. Können wir kurz die Bohrmaschine beiseite legen, dann lachen die mich ja aus. So, also England. England ist wahrscheinlich ein bisschen herausfordernd hier auf der Map, oder? Inge-Stole-Wall-Enjoyer mit Mongolen. Also ich sage ja immer, wenn die Map weit auf ist, kann ich mir vorstellen, dass halt Pferdchen gut sind, ne. Dann kann man ja schlecht hier zubauen. Also unmöglich ist es nicht. Man kann ja auch eine kompakte Bauweise machen mit Sicherheit. Aber es ist schon ein bisschen schwieriger. Also nur zum Engländer, wenn er gerade vielleicht, sagen wir mal, ein Wirtschaftsspiel machen möchte. Das ist ja schön, wenn dann eine Mauer, eine Palisade irgendwo ziehen kann, die sinnvoll ist. Ist ja hier nicht. Außen braucht ihr eine Menge Holz. Da ist so kleiner Patch, ja. Da hinten ist so ein kleiner Patch. Also ich stelle mir England hier als leichte Herausforderung vor. Ich weiß nicht genau, ob das die beste Nation Pick dafür war. Vielleicht wenn man was Besonderes spielt, also einen frühen Waffenknecht zum Beispiel. Und das scheint auch der Mongole zu befürchten, weil er hier einen Turm baut. Also die Standard englische Strategie, ne, dass man Farben hochzieht und Langbögen zum Beispiel baut. Und dazu ein paar Sperre. Das ist ja Unmengen an Holz. Ja, das ist ja hier, kann man nicht von Unmengen reden. Die ganze Map ist ja nicht gesegnet mit Holz. Also das ist ja ein Albtraum holzmäßig hier. Also England mit einer weniger holzlastigen Strategie. Ist ja möglich, ist ja kein Problem. Man kann ja englische Ritter spielen, Waffenknechte spielen, geht ja alles. Ist halt nur nicht unbedingt im Meter, hätte ich gesagt. Von daher bin ich mal gespannt, was er anstellt. Man muss ja auch nicht mit den Farben arbeiten, wo das auch so ein englischer Vorteil normal wäre. Aber gerade wenn man was macht, was der Gegner nicht erwartet, und das könnte ja mit England jetzt wahrscheinlich anvisieren, kann das ja ein Vorteil sein, weil der Gegner halt nicht drauf eingestellt ist. Gerade etwa im Preis 4 auch auf diesem Niveau ist ja oft so, wenn ihr überrascht werdet, ihr habt so viel gleichzeitig zu tun, dass ihr manchmal gleich die Zeit habt, in Tiefe darüber nachzulegen, was die beste Antwort wäre. Ja, das ist bei dem Spiel wirklich sehr herausfordernd. Berg. Wenn die da Steine abbauen, dann ebnen die das ein. Oder so ähnlich. Sieht so aus, ob da unten Wasser sein sollte, ne? Wenn man Wasser wecken ist. Fehlt da nur das Wasser. Also ich denke, wenn er Waffenknechte wollte, hätte er schon die Kaserne gehabt und die früher losgeschickt. Also geht dann wirklich einfach auf die Bogenschützen. Ist ja die Frage, ob es das wirklich genug Holz gibt. Also ist immer so, wenn er den halt rusht, sein Gegner, dann kann er ja sicher Bögen und Holz machen, bevor das hier alles der Fett und er an die Ecke muss, wo eigentlich Selbstmord ist. Im Grunde genommen kann er auch Holz an sowas abbauen. Ist halt nur, ne? Ein bisschen problematisch aus zwei Gründen. Man muss halt dann für fünf Arbeiter mal einen Turm dabei packen. Und der andere Grund ist halt, dass ihr diesen ganzen Laufweg habt, Ressourcen, und von da zum nächsten Waldpatchen her müsst und so weiter, und mehr Holzfällerlager braucht. Wenn der Mongole, wenn es hier so Patches gibt, wie das hier, ne? Mit dem Gerner her, in dem Ger sowieso, aber mit dem, ähm, ihr wisst schon, dem Redout, natürlich viel, viel besser abschneidet, ressourcenmäßig. Aber nicht jeder Vorteil ist unbedingt auch spielentscheidend. Haus. Soweit. Alles im normalen Bereich. Der silberne Baum. Da wird die Wirtschaft angekurbelt. Produktionsrat und Händler mit 50% erhöht und reduzierte Goldkosten, 50%. Nice, ne? Und natürlich sind Marktplass in sich selbst. Könnte aber ein etwas hohes Risiko sein. Also wenn er jetzt Wirtschaft spielen will, vielleicht wäre ein Aggressionsspiel besser gewesen, weil die Aggression eben die Holzverräter aufsaugt und das eben das Problem bei der Map ist. So sehe ich das im Moment. Na, es wird hier ein Wirtschaftsbild wohl anvisiert. Also wird jetzt hier, ähm, bei den Dorfzentren machen. Dann lohnt sich vielleicht der Wirtschaftsbild auch schon fast. Aber dagegen, aber die, äh, also wie gesagt, bei der Aggression saugt man die Holzverräter auf null irgendwann. Vom Engländer hätte ich jetzt gesagt. Also ich hätte ein aggressives Spiel wahrscheinlich vorgezogen. Zumal er ja offensichtlich auch Wirtschaft geht. Das wurde von Mongolen gerade gesehen. Aber der Kahn war ja gerade hier. Und von daher, äh, gäbe es eigentlich auch zwei Argumente. Eben hier jetzt Druck zu machen als Mongole. Statt jetzt ein eigenes Wirtschaftsbild zu machen, ne? Wenn es in einer wird, aber wo wir sonst gebaut haben. Also generell kriegt er damit mit den Karawanen wahrscheinlich mehr raus, also da oben in dem Dorfzentrum rauskommt der Engländer. Und da ist ein langer Bogen. Und ist das Gold aus. Achso, hier habe ich gar nicht umgeschaltet, ne? Die Bohrmaschine macht mir ganz Curry hier. Äh, was hast du denn? Kein Holz für die Karawane. Was übrigens auch ein Grund wäre gegen das Holz, ne? Ja, super. Jetzt hat er die Karawanen, kriegt er nichts raus. Also im Sinne von, hat er ja nicht, ne? Ihm fehlt das Holz. Warum sammelt er denn kein Holz? Ich bin total perplex. Was ist denn da die Strategie? Hä? Warum hat er das denn? Hat er das nur als Marktplatz gebaut? Echt? Okay. Hat noch keine einzige Einheit auf dem Feld. Hat noch nicht mal ein Gebäude dafür gebaut. Bin noch nicht ganz sicher, wo der Stonewall Enjoyer hin will. Wird auch bei den Punkten entsprechend da zurückgeworfen. Auch wegen dieser Raid hier. Und der hat voll seinen Spaß davor. Und er braucht für irgendwas jetzt ein paar Goldstücke. Also das sieht so aus, wie man ein schnelles Zeitalter machen will und ins Dritte gehen möchte. Den Redoubt wahrscheinlich auch. Aber der Engländer hat natürlich seinen Spaß mit dem einen langen Bogen. Ich will ja mit dem Messer das Ganze clearen. Ja klar, der geht jetzt einfach weg. Das ist doch ein No-Brainer, dass er das nicht machen kann. Hat er halt einen Speer dazu gebaut. Jetzt kommt der andere Speer. Wo ist denn der Kahn? Ja, er will halt hochgehen. Das nächste Zeitalter. Also von allen möglichen Strategien hätte ich jetzt gedacht, dass der dritte Zeitalter Rush, dass das die Schwächste ist gegen einen Engländer, der mit dem zweiten Dorfzentrum arbeitet hier bei dieser Map. Also mit der Handel hier unten, mit der Karawane, hätte wahrscheinlich mehr gemacht als das Dorfzentrum. Das wäre eine Konter gewesen. Und ein Rush auf dem, wo er kein Holz hat und wo er gewirtschaftet geht, wäre eine gute Konter gewesen. Aber jetzt diese dritte Wahl sozusagen, wo man ins dritte Age geht, das ist ja so ein bisschen halbe Wirtschaft nur, hätte ich jetzt als die Schwächste von diesen drei Strängen bei den Mongolen interpretiert. Mal gucken, gleich geht es ja auf. Also die machen sich ja Gedanken bei den Spielen. Aber ich glaube, dass das nicht der beste Call war. Und man sieht ja auch, dass das ein bisschen hier problematisch mit dem Ding ist. Vielleicht hätte er eine Kaserne dabei bauen müssen, mit der das überhaupt funktioniert. Also gerade im Engländer hätte ja alles kommen können früh. Das sind halt drei Eidlarbeiter für den Rest des Spiels hier gefühlt. Nur einer. Also selbst den müsst ihr eigentlich nicht machen, weil der hat ja hier einen Speer, obwohl der natürlich lowlife ist. Was ist mit dem Kahn passiert? Ist der gestorben mit ihm? Also tatsächlich irgendwo verloren. Jetzt konnte er ja so aggressiv werden. Ja, aber der Mongole ist ja hier super weit zurück. Was spielt denn da der Stonewall Enjoyer? Okay, epischer Sieg. Naja. Hat er gerade gehandelt. Ja, und jetzt kommt der Redoubt. Ja, und dann geht's ans Gold, ans Eingemachte. Und da kommt der Ritterspam, ne? Dann ist halt Nahrung mit Dings, ne? Ja. Das machst du eigentlich mit den ganzen Steinen. Aber er hat 600 Steine über. Das ist der erste Mongole, der keine Steine nutzen will. Im Early Game. Was ja auch deswegen im Engländer jetzt diese Aggressionen gegeben hat. Die funktioniert hat sehr gut, wie ich finde. Der Zweite will es nochmal machen. Ja, der hat auch fast geklappt in Sperde bekommen. Aber es ist ungewöhnlich ein Mongole, der einfach systematisch wie Steine verzichtet. Also er hätte ja auch zum Beispiel das Ding, hätte er ja hier vorne hinpacken können. Hätte Doppelkarawaden kaufen können dafür, oder? Das wäre so ein bisschen Handel gewesen. Ja, oder meinetwegen, na gut, das werden dann da nicht hinsetzen für Doppelarbeiter. Aber es ist ungewöhnlich, dass er es nicht benutzt wird. Vielleicht macht er es jetzt für Doppelritter. Vielleicht ist das eine neue Strategie, die er ausprobiert. Deswegen vielleicht auch der Fake-Account. Dass er einfach sagt, er will mal was Neues probieren. Dritte Zeitalter rushen. Und der rusht es auf jeden Fall nicht so schnell jetzt. Und dann ein Doppelritter oder irgendwas. Jetzt kommt hier der Stall hin. Also es muss Doppelritter werden. Das andere wäre ja... Was willst du denn jetzt mit dem ganzen Goldvorrat? Wie willst du das denn verwerten, das Gold? Jetzt macht er Waffenknechte. Um vielleicht, weil er vorne Sperre erwartet hat, die auch schon da drin sind. Aber ist das wirklich der beste Crawl gewesen jetzt? Also die Unmengen an Gold, die er sammelt. Das ist ja der einzige Vorteil, der Redout bringt im Grunde genommen, könnte man fast sagen. Also Ritter hat er ja eben Zweiten. Aber es geht ja eigentlich nur um das Gold, hätte ich gesagt. Aber der will Waffenknechten-Spam jetzt ja abziehen. Okay. Also schon die richtige Einheit gegen das, was er da hat, der Engländer. Aber die Ritter, also es ist eine Riesenfläche. Er ist auch eine offene Fläche. Jetzt guckt er halt, was da los ist. Mit den Rittern hätte man, glaube ich, schon einen Winkel gefunden. Sperre hin oder her. Das ist ja alles offen. Das ist ja bedenkt, wenn der Holz will, muss er ja an diese ganzen Slots irgendwo dran. Der kann ja nicht überall Sperre und Türme stehen haben an jedem kleinen Wald-Patch. Also ich glaube, dass die Waffenknechte viel zu langsamer der Map werden könnten. Und Morty hat jetzt einen Zweier-Pack. Und dann einen Vierer-Pack. Also es wird jetzt Waffenknechte-Spam. So ein bisschen der umgebaute Bohrkram, wenn man hat. An die Pfeil. Aber, also ich weiß es halt nicht. Auch die Unmenge an Gold, die er jetzt da sammelt. Gibt das nicht einen Gold-Überschuss, wenn du das so spielst? Das kann er ja niemals benutzen. Also die kosten ja nur sehr wenig Gold, die Waffenknechte. Also, zack. Haben wir überraschen lassen. Aber ich sehe halt einfach nicht, was er mit dem Gold will. Ja, er braucht ja 5 mal so viel Nahrung wie Gold, um die zu bauen. Macht aber doppelt so viel Gold wie Nahrung. Also das passt doch vorne und hinten nicht, hätte ich jetzt gedacht. Ja, ein bisschen Gold brauchen wir die Texte noch dazu. Das kann man sich ja machen. Aber unendlich viele Texte sind das ja auch nicht. Hm. Nicht sicher, was er da machen möchte. Und er muss ja schon irgendwann die Wirtschaft ausknipsen. Also unendlich viel Gold sammeln, auch mit dem Bonus. Macht ihn ja auch nicht unbedingt so viel stärker. Daneben fehlen natürlich Wirtschafts-Stärker. Zum Beispiel keine Schubkant so diese Geschichten. Ja, jetzt gehen sie dann nach Hause, weil es sind halt zu viele. Ritter haben wir mal vorbeigeritten. Obwohl, da kann man natürlich argumentieren, hätte er jetzt Ritter haben wir vorbeigeritten, hätten die die Base gepusht und dann hätte er jetzt zurückkommen können. Obwohl dann Raid gegen Raid gewesen wäre und Ritter eigentlich besser Raid, finde ich persönlich. Okay. Ja, aber der Engländer, der ist sehr gut dabei, Marine Lord hier. Wirtschaft. 18 Arbeiter mehr. Das wird durch ein Redout wahrscheinlich auch nicht so ausgeglichen. Jetzt will er hier das Ding aufladen. Und wo geht es denn hin? Hä? Wo ist denn der zweite Marktplatz? Hä? Ich gehe gerade um den Schlauch. Hä? Und dann? Musst du nicht einen zweiten Marktplatz bauen, damit das funktioniert? Weil so kommt da ja nichts raus. Da wird sogar Null angezeigt, ne? Keine Ahnung, was er da gerade macht. Ich hätte gedacht, er muss einen zweiten Marktplatz bauen, damit das irgendeine Funktion erfüllt. Vielleicht gibt es da einen neuen Exploit, den ich nicht kenne. Aber so funktioniert das doch nicht, oder? Also da kommt doch nichts raus. Plus Null. Und selbst wenn ein Goldstück ist, lohnt sich das ja wahrscheinlich auch nicht. Oder kennt ihr irgendeinen Trick, den ich nicht kenne? Vielleicht will er die nur sicher aufbauen und ist schon einer unterwegs. Ja, die bauen jetzt wahrscheinlich welche. Hat schon mal angefangen zu bauen. Die bauen das jetzt irgendwo hin. Turm, okay. Mal gucken. So, die Waffenknechte sind in der Base und jagen jetzt die Wirtschaft, ne? Das ist ja, wofür die gut sind. Und das funktioniert ja mit Waffenknechten auch hervorragend. Nur kurze Frage. Hätte das nicht mit Rittern auch funktioniert? Also der Vorteil der Waffenknechte ist halt, dass die eben diese Armee frontal bekämpfen könnten. Also auch wenn da Sperre bei sind. Während beim Raiden tatsächlich die Ritter besser sind, weil sie einfach um die Armee herumreiten können und die Arbeiter besser verfolgen beim Zurückzug. Und besser überraschen können auf den Fog of War. Und daher, Waffenknechte, hätte ich jetzt gesagt, sind eher besser bei der Felsschlacht. Und das sieht jetzt ein bisschen gemischt aus. Also er hat jetzt die Waffenknechte zum Raiden genommen. Die laufen mir in den Tod. Also ich weiß noch mal nicht, wo das hingehen soll, die Reise. Trotzdem werden ein paar Arbeiter bekommen, was ich so nicht gelohnt hätte. Also die Raid hat auch funktioniert. Vielleicht weil der Engländer sich auch seine Arbeiter nach links hat laufen lassen und so weiter. Und natürlich auch Idle-Zeit. Also er kriegt da schon diesen Klassiker raus, den man Burggrafenpalast auch hat. Aber reicht das wirklich aus? Also vielleicht, wenn diese Dinger echt sammeln würden. Die werden ja hier als Arbeiter angezeigt, weswegen der ja aufholt. Aber die generieren ja nicht wirklich Einkommen, so wie sie gerade spielen. So, jetzt hat er das fertig. Dafür hat er das schon mal vorausgebaut. Ja, und jetzt laufen die voll da unten hin und mit Riesenressourcen. Das könnte jetzt funktionieren. Ich denke immer noch, dass er Ritter braucht. Also er hat das Gold offensichtlich an diesen Bilden alles gemacht, damit er eben genug Gold hat für die Karawanen. Aber jetzt braucht er nicht mehr reingehen, oder? Also die Bögen snipen ist doch einfach die Leute weg. Die kommen ja jetzt in Zweierpack, das lohnt sich nicht. Also die Strategie war dann wirklich, Waffenknechte zu spammen mit dem Steinbonus eben zusammen. Und den Goldbonus und den Redout zu benutzen, um diese Karawanengeschichte zu machen. Das war wohl der Plan. Und tatsächlich sieht das auch gar nicht mal schlecht jetzt aus. Tatsächlich würde ich aber auch argumentieren, dass der Engländer bis dahin trotzdem unnötig viel Boni bekommen hat. Ich glaube immer noch, die beiden anderen Strategiestränge wären besser gewesen. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die eben diese Fake-Accounts machen. Damit die halt solche Sachen üben können, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Uh, da ist aber weit weg rumlaufen, oder? Ja, die gehen jetzt die Karawanen holen, wurde halt entdeckt. Und es dreht sich jetzt ein bisschen im Kreis, das Argument, aber da fehlen jetzt die Ritter, um die halt zu beschützen. Also die könnte man ja einfach niederreiten. Und die Waffenknechte könnten da auch draufknüppeln. Das hat das, finde ich, gesehen vom Micro vielleicht. Also die hätte ich schon mit den Waffenknechten angegriffen, um die Karawanen mehr Zeit zu geben. Uh, das ist auch gut. Hat noch keine Zeit für Relikte gefunden, oder? Es ist seit Ewigkeiten ein drittes Zeitalter, das Stonewall Enjoyer. Und weiter geht's. Ja, es kommen hier auch Waffenknechte. Ist halt die beste Lösung für den Englern, da braucht auch kein drittes Zeitalter. Klar, gibt's da einen Tech-Unterschied, aber das macht den Ratten da nicht fett, vor allem, wenn er mehr hat. Also da hast du schon sehr gut, was er hat. Das hat er jetzt ein sehr starkes Meat-Shield und dahinter ein paar langen Bögen. Und die Karawanen, die gehen jetzt hier unten alle down. Ist auch die 5. Ich hätte ja die Ritter vorgezogen. Egal. So, er hat jetzt 2000 Gold über, weil die Karawanen angekommen sind. Also hat er schon was rausbekommen. Mal der Route haben sie sich vielleicht auch noch einmal schon locker gelohnt. Also, die haben ja weit über diese Ressourcen reingebracht, die sie gekostet haben. Das kostet 90 Stück und eine Karawane bringt hier vorne immer noch Holzball gehabt. Naja, aber 100, 185 bringen sie, ne? Also, selbst wenn die jetzt gestorben sind, sind ja fast alle, bis auf 6, bis auf 5, die drin sind, ne? Hat er 90 Goldstücke Gewinn bekommen. Also im Grunde genommen kann er, wenn er eine verliert, ne? Wenn die einmal durch ist, kann er zwei neue dafür kaufen. So, jetzt geht's los. Große Party. Also die Route scheint sich schon ausgezahlt zu haben. Die Frage ist aber, ob die Strategie sich ausgezahlt hat, ne? Muss ja mal gucken, ob eine Anlaltative nicht mehr gebracht hätte oder ob die Engländer eine Zeit stärker gewachsen ist. Und er hat ja so eine durchgehende Wirtschaft am Laufen der Engländer. Die Lieferung ist das Holzproblem des Engländern, das ein bisschen, denke ich. Aber er hat ja jetzt auch Waffenknechte angefangen. Braucht halt ein bisschen mehr Gold offensichtlich, weil ich weiß nicht, was er mit 2000 Nahrung jetzt möchte. Hat ja auch noch 2300. Also wird das jetzt so ein viertes Zeitalter-Dingy, aber du bist ja noch ein Zweiten zur Erinnerung. Am Vierten kriegt man ja Gold für die Farben, wenn du das freischaltet. Aber er hat ja noch einen Riesenweg bis zum vierten Zeitalter. Und da hat er jetzt ein bisschen viel Nahrung, hätte ich gesagt. Ein bisschen sehr viel Nahrung. Und er müsste dann Ställe bauen, damit sich das lohnen. Sehe ich aber auch noch nicht kommen. Also nicht ganz sicher, worum man so einen riesen Vorrat macht. Vielleicht hat er auch gerade gehandelt, um das auszugleichen. Ich weiß nicht, was er mit der Nahrung möchte. Also auch, nee, das ist der Ausgleich, gerade war Aufstieg, aber man sieht ja, dass es zu viel ist. Also die Erklärung für so viel Nahrung kann halt nur sein, dass man eben auch Ritter vielleicht geben möchte. Da muss man das Gold aber auch nicht massiv erhöhen. Oder dass man dann Pferde macht, also weiter. Aber wogegen? Vielleicht um die Karawanen zu raiden. Die kann man ja unmöglich schützen da unten. Aber da kann er ja gleich Ritter bauen. Kloster. Hätte die Mongole schon sammeln müssen. Was mit Rittern übrigens auch besser geht, weil man die dann besser beschützen kann, die Sammler. Jetzt hat er drei Dorfzentren hier, der Marine Lord. Ist also gut dabei aufgestellt. Kleider da auch. Geht aber nicht die Oberbord mit den Gebäuden, oder? Drei Produktionsgebäude, ist das richtig? Das scheint mir ein bisschen wenig zu sein, drei Produktionsgebäude. Ist ja schon lange auf der Map, hat eine große Wirtschaft, drittes Zeitalter. Und stapelt halt auch die Ressourcen tatsächlich. Also wo will er mit diesen 1600 Nahrung hin? Großer Kampf. Also wir sind das nicht gewohnt von so Topspielern, dass die Ressourcen so stapeln. Ich meine, der Mongole ist jetzt auch gut dabei. Ist die Frage, ob er vieles Zeitalter will. Aber da wussten wir ja schon, dass er zu viel Gold absammelt. Also er kann, wo will das denn investieren? In Waffenknechte, da geht das ja nicht. Da sehe ich auch noch nicht genau den Nutzen hinter. Also er sammelt es ja und hat die Karawanen. Was ja eigentlich im Grunde genommen auch Gold ist. So, hat das hier Mango Dice dazu gebaut? Ist die Frage, ob das ein guter Schutz werden wird, langfristig. Zumindest kriegt er seine Goldstücke ein bisschen verteilt. Da 40 und da 20 und er weiter baut. Da kommen sie. Also ob Mango Dice jetzt wirklich gegen Langenwögen und Waffenknechte super sind, das würde ich bezweifeln. Zumal die haben ja auch viel schneller die Karawanen getötet, bevor die Mango Dice sterben. Allerdings muss man auch hier sagen, jede Karawane muss ja noch einmal durchkommen, wie wir wissen. Da hat es sich ja schon gelohnt. Da kommen die ersten Ritter. Jetzt kommen die Produktionsgebäude. Produktionsgebäude, Kasernen. Vielleicht Waffenknechten-Spam. Fünf Arbeiter in Sicherheit. Relative Sicherheit. Ich glaube, das Ding kann man abbrechen. So sind die Ressourcen weg, wenn das kaputt geht. Sieht auch so aus, ob er es nicht sieht. Also scheint ihm das Micro zu fehlen an der Stelle. Oder kriegt man das dann, oder kriegt man einen Refund, wenn das Gebäude zerstört wird, wer noch im Bau ist. Aber er könnte kurz aussteigen, reparieren, damit er es noch bekommt. Möchtest du nicht? Okay. Ja, es ist fertig geworden. Er machte in der letzten Sekunde. Er hat sich eilig gehabt. Okay. Dann habe ich es gesagt. Super gemacht. Mich hätte das zu sehr gestresst. Wambler. Also die Mango Dice, im Moment scheinen die ja so ein bisschen zu klappen. Also die Handelsroute wird mobil verteidigt. Zwar nicht mit Ritter, aber mit Mango Dice. Und das geht ja auch. Nur wenn jetzt der Engländer mehr Ritter baut, und da spricht er eigentlich nichts gegen von seinen Ressourcen, wäre perfekt für ihn. Hat er auch zwei Produktionen gegeben schon. Da sind die Mango Dice, glaube ich, nicht mehr so episch. Die schießen den ganzen Tag dann da drauf. Und er will ja die Karawaden nur angreifen. Er muss ja nicht die Mango Dice jagen. Das alles, was er so machen muss. Und da hat er den Wirtschaftsvorteil. Das mit den Relikten ist ein bisschen ärgerlich, dass das halt nur der Engländer im Moment sammelt. Wobei, ich sehe gerade hier unten, die haben beide Relikte. Inzwischen hat er auch eins bekommen. Da ist es. Ja, also die Stormrollen-Joyer-Strategie ist offensichtlich wirklich die Handelsroute am Leben zu erhalten. Das wollte er haben, das will er machen. Also eine ganz, ganz neue Handelsstrategie. Einen schönen Handels-Screenshot. Ah, das war der Turm. Er traut sich halt jetzt nicht anzugreifen mit dem Mango Dice, aber er müsste die eigentlich schon zumindest raiden die ganze Zeit. Er sieht sie ja auch. Also es gibt keinen Grund jetzt, hier sowas zum Beispiel zu ignorieren mit der Armee. Ich sehe, worauf er da jetzt genau wartet. Sicht hatte er. Da habe ich nochmal zurück zu dem anderen Punkt. Wenn er Ritter gebaut hätte, hätte er auch einfach zwei die Karawanen aufgegeben und hier alle Arbeiter getötet. Und weil die jetzt zu Fuß gehen, hätten die länger gebraucht, um seine Wirtschaft zu vernichten, als er gebraucht hätte, um diese Wirtschaft zu vernichten, vermutlich. Wo sind denn die Mango Dice hin, hä? Habe ich die gerade aus dem Auge verloren? Wo breitest du hoch? Gegen dem einen Ritter? Echt? Okay, aber das ist so ein klassischer Fehler, ne? Also dieses, ihr werdet geradet und reagiert mit der Verteidigung auf die Raid. Zumal es auch nur ein einziger Ritter war. Vielleicht wollte er nur die Truppen da sammeln, und das ist ihm ja hingeritten und will jetzt in die Basis gehen. Also er handelt es ja aus, und wenn er den nochmal ankriegt, halte ich auch für unwahrscheinlich. Das heißt, der Wirtschaftsvorteil ist jetzt massiv beim Engländer. Ich meine, es ist ja abartig viel, ja? Das ist ja 40 Arbeiterunterschied. Also, da kommt halt nichts mehr mit Handel. Hätte ich vielleicht überlegen können, also hier vorne, hier oben ein Handel noch reinsnicken, in die andere Richtung, weil das ja keiner sieht unter Umständen. So, große Feldschlacht. Mango Dice. Die holen sich jetzt die ganzen Bögen hier vorne. Hat halt den Beweglichkeitsvorteil. Aber war die Armee jetzt wirklich so viel größer mit den paar Waffenknechten? Also er hätte die ja im Kreis hin gereiten können, ohne dass die Waffenknechte wirklich mitmachen, ne? Bei dem Kampf. Also er hätte ja seine Waffenknechte nicht gebraucht. So, nichtsdestotrotz, er hat jetzt auf jeden Fall die Armee des Engländers vernichtet. Trotzdem hat er so viel an Karawaden verloren hier, ne? Also 42, weil er fast alles Karawane verloren hat, dass er gar nicht weit vorne liegt jetzt. Er hat aber eine größere Armee, also 1000 Unterschieds, aber auch nicht die Welt oder 500 sogar nur. Und die Wirtschaft des Engländers läuft ja noch, wenn sein halt ausgeknipst ist. Also er muss sie jetzt töten. Genau, sowas hier zum Beispiel. Wunderbar, die werden jetzt alle draufgehen. Ja, alle vielleicht nicht, aber genug kriegt er. Die können ja auch so rüberschießen ein Stück weit. Ein herrlicher Anblick. Aber es hätte halt viel früher kommen müssen. Er hätte die ganze Zeit auf Kader gestanden, dann haben sie auf den Hof geritten. Da hätte er, die waren ja alle tot unten. Es gab ja keinen Grund runterzureiten jetzt, ne? Er hätte schon vor Minuten eigentlich die Wirtschaft raiden können von Marine Lord. Aber ist wahrscheinlich okay, weil Marine Lord, der kann mit dem Einkommen sicher nichts anfangen. Der hat da keine Ahnung von dem Spiel. Da hat er nichts Falsches gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Also, ihr müsst wirklich überlegen. Also, ich denke schon, dass es eine valide Überlegung ist. Wenn ihr gegen jemanden spielt, der einen hohen Skill hat, ob der mit dem Einkommen mehr macht, als wenn ihr mehr Einkommen habt. Also, das kann man schon sagen, wenn man sein eigenes Einkommen tauscht, dass man das verliert, aber dafür den Gegner das kaputt macht, weil der Gegner noch einen Skill hat, dann hat man da, glaube ich, mehr rausbekommen. Na klar, wenn wir immer mehr Einkommen als der Gegner haben. Aber in dem Fall, ehrlich gesagt, lohnt es sich auch, einfach beim Gegner ein bisschen härter zu raiden. Da sind die Karawanen wieder, alle zusammen. Hätte ich mal eine richtige Handelsroute. Also, wenn er jetzt immer wieder den Job töten könnte, ich glaube nur nicht, dass sie das schaffen, dann, ja, das ist nicht je Mangel. Dann könnte sich das für die Karawanen nochmal lohnen vielleicht. Aber diese Aussetzer, wo er einfach mal so 50 Arbeiter weniger hat für ein paar Minuten, also ich weiß es halt nicht, ne? Und die sind ja schon in dieser Zahl drin. Um 16 sind in AfK, nicht sicher, wie jetzt AfK zählt, irgendwo da Arbeiter stehen. Ja, Mangel sind halt ein Problem. Die kriegt ja mit Mango da nicht ohne Probleme kaputt. Da hat hier haufenweise Gold. Dann sterben sie wieder alle. Die Map ist einfach auch ein bisschen zu auf, um das vielleicht zu machen mit dieser Strategie. Trotzdem, also da kommt schon eine Menge Knete zusammen. Das explodiert dann kurz sein Einkommen. Hat er gleich 4.000 Gold. Das ist auch immer diese Schübe, ne? Dass er eine Zeit lang halt vielleicht Ressourcen fehlen, dann hat er einen Überschuss an Ressourcen. Was, was mit dem Handel vielleicht auch ein bisschen unattraktiver von der Einkommensverteilung macht, als es dann Engländer ist. Der kann die ja durchgehend nutzen, weil das durchgehend bekommen. Wir brauchen halt weniger Gebäude, ne? Um diese Bürste an Einkommen umzusetzen und gucken. So, die Mango Dice waren da und vorbei. Genau. Er hat das realisiert, dass er keine Kämpfe mehr gewinnt. Die Mangen machen einfach alles tot. Und damit ist die Runde vorbei. Also ich glaube, dass das die falsche Strategie für diese Map war. Sowohl gegen Engländer, als auch weil die Map zu auf ist. Das wäre zumindest jetzt mein Eindruck. Ja, trotzdem. Schöne Runde. Hat zumindest auch was Neues versucht. Und das ist ja nett, wenn man was sieht, die Abwechslung. Aber was für eine beschissene Map das ist, Kinders? Egal. Ich will weg für heute. Ciao, ciao.